Ja, die Menschen sind verrückt geworden. Also, es ist wirklich sehr verrückt. Es ist schon wieder, es hat schon ein bisschen auch so ein DDR-Style beim Einkaufen. Es hat so ein bisschen was von DDR. Es gibt ja nichts, wir müssen ja immer alles kaufen, es gibt ja nichts. Nudeln, den ganzen Scheiß. Also, ich frag mich, wie manche Küchen aussehen. Das sind wahrscheinlich so eine Vorstadt-Gangster, die sich ein Haus gebaut haben und einen Vorratskeller. Und dann haben sie sich da die drei Ikea-Regale reingesetzt und da steht alles voll mit Mehl und Zucker drin. Für schlechte Zeiten, falls der Atomkrieg kommt in dem nicht vorhandenen Atombunker. Naja, es ist wie es ist am Ende, nicht wahr? Und dann kippen sie sich morgens erstmal, bevor sie zur Arbeit fahren, noch schön Liter Sonnenblumenöl rein. Damit dein Auto auch richtig schön schmuggig läuft. Ist das so? Ja, was meinst du, warum so viele Leute Öl kaufen? Weil irgendwie da so ein ganz schlauer Mensch da draußen war und sagte, ey, also dein Auto fährt auch mit Öl. Was meinst du, wie viele Leute aktuell, und ich sag's dir so, wie es ist, mit Heizöl, also mit Diesel, ihr Auto tanken? Was meinst du, warum gerade sehr bewusst und wirklich in sehr großem Übermaß Autos abgepumpt werden? Alte Autos, wo du den Tankdeckel einfach aufmachen kannst, ohne Schlüssel und alles, wird einfach Sprit rausgeholt, weil die Leute bescheuert sind. Es ist mit dem Klopapier, ist genau dasselbe, vor zwei Jahren oder drei Jahren. Da haben die zum Beispiel in Berlin, haben sie den ganzen Scheiß aufgekauft und dann haben sie die Kacke bei Ebay verkloppt. Und warum? Weil Leute kein Klopapier mehr gekauft haben und sie brauchen das zum Scheißen gehen. Und haben sich dann halt Klopapier für 10 Euro gekauft und die haben dann 200, 300 Prozent Gewinn daran gemacht. Weil Menschen einfach, und es tut mir leid, dass ich das Wort jetzt so sagen muss, Dummköpfe sind. Am Anfang der Pandemie, jeder durfte einkaufen gehen, weil diese Geschäfte essentiell sind und nicht zugemacht werden. Aber trotzdem hat jeder irgendwie gefühlt 30 Packen Klopapier gekauft. Wofür? Wer braucht so viel Klopapier? Du wirst doch nicht fünf Jahre eingesperrt zum Scheißen gehen. So viel kann kein Mensch scheißen gehen. Und dann am Ende verkaufen sie es wieder, weil Menschen in der Not sind, um da dran noch einen Reibach zu machen. Das mit dem Klopapier kommt aber von den Preppern, weil die sagen, dass du handeln kannst wie in Fallout. Der ist aber kein Fallout. Aber ganz ehrlich, niemand, also wirklich niemand in Berlin beispielsweise hat einen Luftschutzbunker. Was willst du da bunkern? Wofür? Aber wenn da eine Bombe einschlägt, bist du eh... Also wenn du nicht schon im Bunker pennst, dann hast du eh schon... Was willst du mit dem Scheiß zu Hause? Menschen sind dumm, wirklich. Die sind dumm. Ganz ehrlich, hätte ich einen Bunker. Dann würde ich über die Jahre mir Sachen kaufen. Also mal ein Top 4, mal das, also so eingelegte Sachen, die 20 Jahre halten. Immer mal verteilt. Von der Pandemie, wo die sagen, dass die Geschäfte nicht zumachen. Was ist das für ein Blödsinn? Das ist doch total dämlich. Was willst du da preppen? Und die Menschen, die das auch noch sagen, das ist ja noch viel schlimmer. Jeder aber auch nur, jeder denkt nur an sich. Nö. Ich habe mein letztes Klopapier sogar noch geteilt damals. Das weiß ich nicht. Sagt mein Mann immer. Am Ende des Tages ist es aber auch so, dass der Großteil nur an sich denkt. Das ist ja das große Problem. Also ich meine, wir sehen das ja bei Twitter. Wir sehen das ja überall, dass der Großteil der Menschen so denkt. Ich meine, gesunder Egoismus ist ja auch nicht weiter verkehrt. Der fühlt dich ja auch durchs Leben, sage ich mal. Aber das ist doch total bescheuert. Was bringen dir 30 Packen verdammte Mehl zu Hause? Was bringt dir das? Wenn ein Alarm ist, ist Alarm. Wenn du keinen Bunker hast. Also wirklich, wenn du sagst, du hast einen Bunker, so wie in Amiland, unten unter ihren Häusern, weil Tornado-Gefahr ist und so weiter, dann ist das ein anderer Jam. Aber so viele Leute haben noch gar keinen Bunker. Versteht ihr? Und das zu Hause in deine Regale reinzuräumen oder in deine Kammer, das bringt dir nichts. Das Einzige, was du damit machst, ist es verschwenden und anderen Leuten wegnehmen, die es wirklich vielleicht gerade brauchen, weil sie wirklich backen wollen. Menschen sind wirklich so bescheuert mittlerweile geworden, dass sie jeden Piss, der ihnen in irgendeiner Telegram-Gruppe oder irgendeinen Influencer mit ein paar Followern erzählt. Das ist katastrophal. Der gesunde Menschenverstand ist da komplett ausgeschaltet. Das Schlimme an dieser Situation ist auch, dass wir so gefangen sind in diesem Kapitalismus und in dem Endstadium, dass Leute damit nachher auch noch Geld verdienen. Das ist noch viel schlimmer, dass das sein erster Gedanke ist. Geil, Alter. Der Markt ist da. Alle wollen jetzt Klopapier haben. Geil, Alter. Ich kaufe erst mal Unmengen an Scheißhauspapier und verkaufe das nachher noch. Ja, das ist eine super gute Idee, Alter. Die fühle ich. Ja, das kommt noch dazu. Genau, das kommt ja noch dazu. Jeder fucking Furz-Influencer macht ein Foto von irgendeinem leeren Scheißhausregal. Warum machst du ein Foto von einem Scheißhausregal, wo Scheißhauspapier drin ist, wo nichts mehr drin ist? Das verbreitet Panik. Und Menschen kriegen Torschusspanik. Oh, hihi. Schon die fünfte Woche am Stück kein Scheißhauspapier gekriegt. Supi. Okay, schön, dass du das deinen 200.000 Followern gezeigt hast, dass es kein Klopapier gibt. Prima. Davon rennen 100.000 jetzt los und haben Panik, weil sie kein Scheißhauspapier mehr kriegen, weil fünf Rollen zu Hause sind und sie Angst haben, dass sie sich nächste Woche den Arsch nicht mehr abwischen können. Aber dass zum Beispiel mal keiner darüber nachdenkt, dass man auch einfach duschen gehen kann und sich den Arsch abduschen mit der Hand wäscht und danach Hände wäschen und dann ist die Welt auch wieder. Da kommt kein Mensch auf diesen Trichter, eventuell mal so eine Kunde zu verbreiten. Oder dass du dir den lasten Lappen nimmst, den du dir durch die Kimme ziehst und die dann einfach wäscht danach. Da kommt kein Mensch auf diese Idee. Früher sind wir, als wir klein waren, in meiner Zeit, sind wir Waldscheißen gegangen und haben uns mit grünen Blättern den Arsch abgewischt. Oder Öl. Das ist genau dasselbe. Also welcher normale Mensch kommt auf den Trichter, sich Sonnenblumenöl oder irgendwelche Öle ins Auto reinzukippen? Damit machst du auf kurz oder lang, machst du dein Auto kaputt. Ich mein, Heizöl könnte ich ja noch verstehen. Weil das ist ja im Endeffekt auch nur Diesel in einer anderen Farbe. Grob gesagt. Ne? Das kann ich ja vielleicht noch verstehen. Was bringt dir so eine Pissflasche Diesel, äh Öl, die du dir ins Auto reinkippst? Nichts! Ja, das einmal Auto anlassen und dann ist das weg. Jetzt völlig übertrieben, logischerweise. Und andere Menschen, die wirklich kochen müssen zu Hause und was fressen müssen, die kriegen kein Öl mehr. Kann ich den nachvollziehen. Guck ich nicht. Also ich sag mal so, zwei Packen Öl zu Hause, äh zwei Packen oder zwei Flaschen Öl haben und zwei Packen Mehl. Ja, das ist ja okay. Dann kommst du vielleicht mal zwei Wochen hin oder drei oder einen Monat, ne? Oder Schmalz ist eh geiler als Rapsöl. Äh, weißt du was noch geiler ist? Eine beschichtete Pfanne, wo man gar kein Öl braucht. Ist noch viel geiler. Ich benutze kein Öl mehr. Ich hab zwar Öl hier, aber ich benutze keins mehr. Also falls irgendeiner noch einen halben Liter Sonnenblumenöl tanken will, ich hab noch einen hier.